Musik 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 Wir suchen IT-affines Personal hier auf der Gamescom und ich glaube einfach, wenn man die Gamescom kennt und schätzen lernt, dann weiß man, dass hier die richtige Zielgruppe für uns ist. Ja, mich hat schon ein bisschen überrascht, dass sie hier sind. Teilweise habe ich aber auch gewusst, dass die Bundeswehr solche Jobs anbietet, also dass sie auch sowas machen. Deswegen habe ich mich auch einfach mal interessiert, was da eigentlich das ganze Spektrum von dieser Arbeit oder von dem Job ist. Musik